Hallo und Willkommen zu Silent Hill 3 von Jones, also Spieltipps und Konami. Sie ist abgeschüttet. Wo sind wir? Fünfte Etage. Die Geräusche kann ich so gut. Aber ich krieg nicht wahrlich. So. Oh. Schlecht. Schlechter Raum. Hm. Oh. Oh. Ich will nur was der Punkt zum... Hallo? Zum Speichern. Aber den gibt es, glaube ich, hier nicht. Hä? Ha, ha, ha. Herrlich. Und offen. Interessant. Der Raum. Der Ort. Das ist doch gar nicht so groß, wie ich dachte. Etage 3 waren wir, glaube ich, noch nicht. Und offen. Oh. Ich kam sogar her. Okay, jetzt kann man ja gucken, welche Etagen alles offen sind und welche alles zu. Erste und Zweite zu. Vierte zu. Dritte offen. Fünfte und... Fünfte und... Fünfte offen. Ach so, da haben wir noch gar nicht gesagt, dass der Kunde fällt mir gerade so ein. Etage 3. Geh mal da wieder zurück. Vielleicht finden wir noch irgendwas nützliches. Ich spiele hier kein Wort ein. Ich spiele hier kein Wort ein. Falsche Richtung. Obwohl doch nicht. Gut. Richtige Richtung. Ach, Quatsch. Wo ist die andere Tür denn? Und offen. Jede, jede dritte Tür ist offen. Bäh. Was sagt sie, sie? Danke. Den Raum betrete ich nie wieder. Uiuiuiuiuiuiui. Danke, mich sehe ich nicht nie wieder. Moment mal. Wie kommt man da unten hin? Okay, egal. Gut. Warte. Gut, das war Let's Play Silent Hill 3. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.